Das Sparen hat in Deutschland, glaube ich, spätestens seit 24. Februar, sprich Ausbruch, Ukraine-Krieg, eine ganz neue Dimension bekommen. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man eine Rampensau ist. Warum? Weil ich glaube, dass es einem dann leichter fällt. Bevor ich ein Gespräch im ZDF habe, jogge ich durch den Wald und versuche mich mal mit einer ganz anderen Sache zu befassen. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu unserem Jobs-Podcast von Turi2. Heute ist die ZDF-Börsenreporterin Sina Meinitz zu Gast, die für alle aktuellen ZDF-Sendungen live von der Frankfurter Börse berichtet. Ich bin Turi2-Redakteurin Pauline Stahl und spreche mit ihr über die aktuellen Schwankungen und Unsicherheiten im Finanzmarkt, über Kryptowährungen und die Rolle, die Geld in unserer Gesellschaft spielt. Außerdem erzählt Meinitz, dass sie zum Abschalten am liebsten joggt und Yoga macht und erklärt, warum es für ihren Job hilfreich ist, eine Rampensau zu sein. Sina Meinitz ist eine von elf Porträtierten in der neuen Turi2-Edition 18. Das Buch zum Thema Kapital erscheint am 29. Juni. Mehr Infos dazu gibt es unter turi2.de slash edition18. Hallo liebe Sina und ganz herzlich willkommen in unserem Jobs-Podcast von Turi2. Ja, hallo liebe Pauline. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können. Wir sprechen ja heute tatsächlich nicht das erste Mal miteinander. Ich habe nämlich schon ein kurzes Interview mit dir gemacht für die neue Turi2-Edition mit dem Thema Kapital, die ab Mitte Juni online und am Ende Juni als Printausgabe erscheint. Da hast du schon ein paar sehr spannende Dinge gesagt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du heute nochmal da bist und wir das Gespräch noch ein bisschen vertiefen können. Ja, ich mich auch, weil es mal ein bisschen anderes Format und ein ungewohntes, bisher ungewohntes Terrain für mich ist, weil ich tatsächlich das noch nicht gemacht habe. Das ist mein allererster Podcast und deswegen freue ich mich sehr, das mit euch zu machen. Premiere. Ja, schön, dass ich bei der Premiere dabei sein darf. Genau, du berichtest ja als ZDF-Börsenreporterin für alle aktuellen ZDF-Sendungen live von der Frankfurter Börse. Über diesen Job will ich natürlich auch ein bisschen mit dir sprechen und über deinen persönlichen Werdegang. Aber es soll auch so ein bisschen um die Finanzbranche grundsätzlich gehen. Das ist natürlich auch aktuell einfach ein sehr spannendes Thema. Genau, deswegen fangen wir damit auch einfach mal an. Zurzeit ist ja viel von Inflation und Schwankungen im Markt die Rede. Was passiert denn aktuell im Finanzmarkt? Ganz spannend. Also wir haben heute wieder eine brandaktuelle Inflationsrate bekommen. Die Eurozone ist jetzt bei über 8 Prozent Inflation im Mai. Das ist sehr historisch. Die Europäische Zentralbank peilt eigentlich 2 Prozent an. Und da liegen 8 Prozent ja nun weit darüber. Und das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und ich habe es in meiner Zeit an der Börse eigentlich selten erlebt, dass tatsächlich Wirtschaft, Börse, Finanzmarkt für jeden, jeden Tag so greifbar war, wie das jetzt seit geraumer Zeit ist. Und dass man da einfach genauer hinguckt, weil es eben an der Bäckereikasse spürbar ist, weil es an der Tanksäule spürbar ist. Weil Wirtschaft, glaube ich, durch spätestens den Ukraine-Krieg und damit verbunden alles, was da zusammenhängt mit Lieferengpässen, dass die Regale im Supermarkt leer sind, dass kein Sonnenblumenöl mehr da ist. Zu Corona-Zeit war das Klopapier alle. Also wir schlittern von einer Sache in die nächste und doch in sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Zeiten. Dadurch, dass es ja jeder jetzt wirklich zu spüren bekommt, fragt man sich natürlich auch, wie man da heutzutage überhaupt noch spart. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und Sparen 2022 sieht ganz anders aus, als es vor Corona ausgesehen hat oder als es ja noch früher ausgesehen hat. Ich meine, die Zeiten des klassischen Sparens, die sind schon lange vorbei aufgrund der Niedrigzinspolitik. Auf dem Sparbuch gibt es nichts mehr. Wir müssen so viel Geld für Wohnen, für Miete, inzwischen für Lebensmittel, Energie ausgeben, dass die Frage ist, kommt man überhaupt über die Runden? Es sind immer mehr Haushalte in Deutschland verschuldet. Die sind weit weg von dem Faktor Sparen. Und ich meine, wo wird heute gespart? Vielleicht, dass man weniger badet, dass man die Wäsche nicht bei 40 Grad wäscht oder bei 30 Grad wäscht. Dass man die Heizung runterdreht. Das Sparen hat in Deutschland, glaube ich, spätestens seit 24. Februar, sprich Ausbruch Ukraine-Krieg, eine ganz neue Dimension bekommen. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jemand vielleicht trotzdem noch das Geld hat, um es anzulegen, gerade wenn man jetzt erst damit anfängt, kann ich mir vorstellen, dass da auch einfach so ein bisschen Angst mitspielt, eben weil es momentan so viele Unsicherheiten gibt. Wie überwindet man denn als Neuling am Markt diese Angst? Und soll man überhaupt trotzdem anfangen oder jetzt momentan erst mal lieber die Finger davon lassen? Ich glaube, es lohnt sich immer anzufangen. Denn den idealen Zeitpunkt zum Anfangen, den gibt es eigentlich gar nicht. Und an der Börse ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man einen langen Atem hat und nicht beim erstbesten Sturm die Flucht ergreift. Und das galt ehrlich gesagt schon immer. Und natürlich lohnt es sich auch immer anzulegen, weil es keine Alternativen gibt. Ich glaube nach wie vor, dass ETFs eine gute Sache sind. Ich glaube, dass man, wie gesagt, wenn man ein bisschen was übrig hat, das am Aktienmarkt anlegt und in DAX-Werte investiert, dass man langfristig da auch gewinnen kann. Und ja, einen Mini-Goldbarren sich zuzulegen, kann auch nicht schaden, weil man damit eigentlich in Krisenzeiten auch immer gut fährt. Also es gibt Möglichkeiten und es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und die Erfahrung hat ehrlich gesagt gezeigt, dass Deutschland immer noch meistens sehr gut aus diesen Krisen rausgekommen ist. Gilt das denn jetzt auch, was du eben gesagt hast, für die aktuellen Zeiten oder gibt es da aufgrund der aktuellen Situation Dinge, wo du wirklich sagst, da bringt es jetzt nichts reinzugehen oder anzulegen? Es ist ganz spannend, denn es findet eine gewisse Verschiebung statt. Also ich habe im ZDF ein Projekt, was läuft, Langzeitbeobachtungen zwischen klassischer Geldanlage in Old Economies, sage ich mal, und in New Economies. Und wenig überraschend ist das gestartet und man hat gedacht, ja, man investiert in Solarwerte, man investiert in alternative Energien. Und plötzlich kommen durch den Ukraine-Krieg wieder Rüstungskonzerne empor. Also es findet eine komplette 180-Grad-Drehung gerade statt und die ist noch nicht vorbei. Und wir befassen uns mit Themen, mit denen wir uns vielleicht in den 80er-Jahren befasst haben. Und das ist, ja, so ein bisschen, dass ich denke, mein Gott, früher ist die Friedenstaube geflogen in meiner Kindheit und es hieß Frieden schaffen ohne Waffen. Und jetzt werden Waffen an die Ukraine geliefert. Und dass selbst ein grüner Wirtschaftsminister sich wahrscheinlich nicht hätte träumen lassen oder eine grüne Außenministerin sich auch nicht hätte träumen lassen, dass sie mit Problemen konfrontiert wird, die eigentlich gänzlich gegen den Ursprung und gegen die Ideologie dieser Partei gehen. Einfach, weil die Situation so ist, dass sich die Welt, wie gesagt, um 180 Grad gedreht hat, gilt auch am Finanzmarkt. Aber gucken wir uns zum Beispiel den Bitcoin an, der heute wieder ein neues Hoch erklommen hat, der vor ein paar Wochen unten war. Also diese Schwankungen, die muss man in Kauf nehmen. Und ich kann mich nur wiederholen, an der Börse ist ein langer Atem immer von Vorteil. Stichwort Kryptowährungen ist ja auch großes Thema, schon länger, aber aktuell natürlich wegen des Krypto-Crashs noch mal aktueller. Bist du denn Befürworterin oder Gegnerin von Bitcoin & Co.? Also, da muss man für geboren sein, sage ich mal so ein bisschen. Ich bin es nicht. Ich bin Sternzeichen Stier und bodenständig und grase irgendwie auf meiner Wiese, die mir vertraut ist sozusagen. Man muss da, glaube ich, eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen und vielleicht eine kleine Zockermentalität auch haben. Aber wie gesagt, für mich persönlich wäre es nichts. Ich kann aber auch verstehen, wenn das jemanden vielleicht reizt und er sagt, also jetzt sehe ich eine günstige Gelegenheit und jetzt investiere ich da drin. Aber man muss natürlich sagen, es ist extrem volatil, was so viel heißt wie schwankungsanfällig. Und wenn man dieses Risiko gerne in Kauf nimmt, dann bleibt es jedem selbst überlassen. Aber es gänzlich abzulehnen, ich glaube, darüber, die Zeiten sind vorbei. Man kann solche Sachen nicht mehr gänzlich ablehnen. Genauso wenig, wie man gänzlich ablehnen kann, sich mit Online-Banking zu befassen, weil die klassischen Bankfilialen immer weniger werden. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist der Lauf der Zeit. Und Kryptowährungen spielen natürlich im Finanzmarkt inzwischen auch eine große Rolle. Siehst du denn diese Zockermentalität, die du eben angesprochen hast, eher bei jüngeren Menschen? Oder zieht sich das durch alle Generationen quasi durch? Ich glaube, das ist tatsächlich altersunabhängig. Also ich glaube, es gibt in jeder Altersgruppe Leute, die sagen, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Und ich glaube wirklich, dass das gänzlich sich durch alle Altersgruppen durchzieht. Ich glaube, wie man agiert, gibt es da vielleicht noch einen Unterschied. Aber ich glaube, dass Zockermentalität wirklich altersunabhängig ist. Es ist ja so, dass manche, gerade was Kryptowährungen angeht, reiche Menschen oder bekannte Menschen wie zum Beispiel Elon Musk als Vorbild nehmen, was Investments angeht. Macht das Sinn oder gibt es da vielleicht deiner Meinung nach andere oder bessere Vorbilder, nach denen man sich richten kann? Also ich muss sagen, Elon Musk mit allem Für und Wider polarisiert natürlich unglaublich. Ich meine, irgendwo hat Elon Musk immer seine Finger drin. Sei es Tesla, sei es die nicht enden wollende Diskussion, Twitter zu kaufen oder nicht. Und der Mensch erobert den Weltraum. Und das bleibt, glaube ich, jedem selbst überlassen, inwiefern man Elon Musk als Vorbild nimmt und als jemanden, dem man vertraut. Ich bin eher da klassisch gepolt, à la Warren Buffett, investiere nur in die Dinge, von denen du etwas verstehst. Und ja, also wie gesagt, bin da, glaube ich, eher ein bodenständiger Stier, der das einfach auch begreifen möchte, wo das Geld hingeht und wo ich investiere. Und halte das für mich persönlich für die bessere Variante. Also grundsätzlich findest du schon, dass es Sinn macht, sich Vorbilder zu suchen und sich nach deren Investments zu richten? Ja, in Maßen, sage ich mal. Also ich meine, George Soros hat mit seinen über 90 Jahren in Davos neulich auch irgendwie das Ende der Zivilisation ausgerufen. Ich finde, es kommt immer darauf an, was sie sagen. Also diesen einen Menschen und die eine Person als Vorbild zu nehmen, der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Also vielleicht sollte, vielleicht ist es die Mischung, die es macht. Vorbild oder Vorbilder, ja, aber immer noch den eigenen Kopf einschalten und den eigenen Menschenverstand walten lassen, ist, glaube ich, die bessere Alternative. Ja. Siehst du denn persönlich die Zukunft des Geldes eher digital? Du hast ja eben schon auch Online-Banking, Kryptowährung angesprochen, ohne das geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Oder denkst du, es geht vielleicht doch tatsächlich wieder zurück zum guten alten Sparstrumpf? Sowohl als auch, würde ich sagen. Wir können uns der Digitalisierung, können und dürfen uns der Digitalisierung überhaupt nicht verwehren. Das ist ein nicht mehr aufzuhaltendes Phänomen natürlich. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und können sagen, ich mache jetzt alles noch über die Bankfiliale und über meinen Sparkassenberater. Das ist eine Altersfrage. Es gibt natürlich Menschen, die das noch so handhaben, weil sie das andere vielleicht auch nicht können oder nicht wollen. Aber ich glaube, dass sich in puncto Geld, Geld verdienen, wofür man Geld einsetzt, ein Mentalitätswechsel doch vollzieht. Ich glaube, dass diese Zeit vorbei ist, unabhängig jetzt, ob digital, virtuell oder Barzahlung. Ich glaube, dass das Geld anders eingesetzt wird, als es früher eingesetzt wurde. Ich glaube, dass das Thema Geld für viele nicht mehr die Rolle spielt, die es vielleicht vor 50 Jahren gespielt hat. Ich glaube, dass jüngere Leute Geld eher als Mittel zum Zweck sehen, als Mittel der unbedingten Geldvermehrung ansehen. Ich glaube, dass da ein Umdenken stattfindet. Aber ob das nun virtuell ist oder, wie gesagt, noch per Barzahlung, sicher, da wird der Trend natürlich hingehen, immer mehr virtuell zu machen. Aber dadurch ist es natürlich auch nicht mehr sichtbar und nicht mehr haptisch. Und dadurch verändert sich vielleicht auch einfach der Nutzen. Wie und in was investierst du denn? In meine Familie. Ja, also tatsächlich investiere ich in meine Familie und freue mich auch, nach Corona endlich wieder ins Reisen investieren zu können. Und da wieder einen Mehrwert rausziehen zu können und nutze das auch aus und erinnere mich endlich wieder an die Zeit, wie es vorher war, als man das alles nicht durfte. Und genieße tatsächlich die Freiheit des Wiederfeiern-Gehens und Wiederreisen-Dürfens und nicht mehr immer Maske tragen müssen. Also, ja, ganz ehrliche Antwort. Und abgesehen davon habe ich eine Schwäche für Schuhe und Handtaschen. Ganz Frau, ganz typisch. Es gab ja in den vergangenen Jahren mit Wirecard und Cum-Ex so einige größere Skandale und Unsicherheiten. Damit bist du natürlich in deinem Job auch irgendwie ständig konfrontiert. Vertraust du denn der Finanzbranche überhaupt noch? Die Finanzbranche, das ist so ein ganz großes Wort. Also ich vertraue ehrlich gesagt am meisten den Menschen und den Ratgebern, die natürlich in der Finanzbranche arbeiten, aber die auch noch den Fokus auf anderen Dingen haben. Ein Volkswirt, der mir sagt, ich habe mit meiner Familie ein Sabbatical gemacht und ein Volkswirt, der mir sagt, da musst du aufpassen, ich habe jetzt das und das im Freundeskreis erlebt. Also sprich, jedem Volkswirt, wo es ein bisschen menschelt neben den Zahlen, der ist mir lieber als jemand aus der Finanzbranche, der wirklich nur auf Gewinnmaximierung aus ist. Denn ich meine, es ist eigentlich unfassbar. Wir hatten die Lehman-Pleite. Wir hatten diesen Wirecard-Skandal, habe ich zigfach darüber berichtet. Wir haben wirklich so viele leider immer wieder aufploppende Skandale bei Deutschlands größter Privatbank. Das sind einfach Dinge, die müssten nicht passieren. Die müssten nicht passieren, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr ethischer Verantwortung bewusst würde. Also ich finde, es ist, der Wirecard-Skandal ist ein Skandal. Es geht da um letztendlich Menschenschicksale, die sehr viel Geld investiert haben, die vielleicht ihrer Altersvorsorge Verbrechern anvertraut haben. Und das ist unglaublich. Ich meine, geschönte Bilanzen und eine Aufsicht, die da ein Auge zugedrückt hat und die eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus, das ist schlimm. Und das sind Verbrecher und das kann man auch gar nicht anders betiteln und gar nicht anders sagen. Und ja, das ist die Gier des Geldes. Das heißt, wenn es jetzt eine Veränderung geben müsste, um das zu verhindern in Zukunft, solche Skandale, was wäre das? Welche Veränderungen würde der deutschen Finanzbranche gut tun? Vielleicht Quereinsteiger? Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, solange es die Menschheit gibt, wird es diese Skandale geben. Und das zieht sich durch alle Branchen durch und das ist auch gar nicht nur die Finanzbranche. Ich meine, wir haben Boris Becker jetzt in London im Knast sitzen und der kam nicht aus der Finanzbranche, sondern der hat sich wahrscheinlich auch durch falsche Berater und durch irgendwelche Verlockungen leiten lassen und sitzt dafür jetzt auch seine Strafe ab. Und wie gesagt, das ist vollkommen altersunabhängig, das ist branchenunabhängig. Da kann man nicht den einen verurteilen oder die eine an den Pranger stellen. Das ist, glaube ich, zutiefst menschlich, dass es immer wieder Verlockungen gibt. Das haben wir seit Adam und Eva und dem Apfel, nur dass der Apfel halt inzwischen vielleicht mit der Schlange andere Größenordnungen erreicht hat. Aber ich glaube, dass es da ganz, ganz schwer ist, das zu durchbrechen. Und vielleicht durchbricht man es nur, indem man wirklich den Fokus auf die Dinge lenkt, die wirklich wichtig im Leben sind. Und das ist die Gesundheit und das ist die Familie. Und das sind Dinge, die tatsächlich durch den Wald spazieren gehen und zu merken, es gibt wirklich noch Dinge jenseits des Finanzmarktes, die mir irgendwie Kraft geben. Trotzdem braucht man ja leider Geld. Ja. Wie wichtig ist dir denn persönlich Geld? Mir ist natürlich Geld wichtig, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und mir das eine oder andere eben leisten zu können oder auch meiner Familie was leisten zu können. Und wir brauchen Geld und jeder muss auch Geld erwirtschaften. Und ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die gerade so, wie es so schön heißt, mit dem Geld über die Runden kommen. Ich finde es ganz bedauerlich, dass in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich wieder mehr auseinander geht. Das ist ganz traurig, das ist eine Sache, wo ich finde, dass man unbedingt ansetzen muss, weil das natürlich langfristig gesehen auch zu sozialer Spaltung führen wird. Und ja, wie wichtig ist mir persönlich Geld? Ja, ich kann nur sagen, Lebensunterhalt bestreiten, reisen und sich das eine oder andere gönnen. Aber auch das verschiebt sich. Also das war vielleicht früher was anderes und das ist heute ein schöner Abend und mal essen gehen. Ich weiß aber eben auch, dass das mehr und mehr zum Luxus wird für ganz, ganz viele Teile der Bevölkerung. Und deswegen sage ich also da, diese Schere, die wir da erleben, die immer weiter auseinander gehen wird, da muss was unternommen werden. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen über deinen Job und dich persönlich sprechen. Wie ich eben schon gesagt habe, du stehst ja aktuell für alle aktuellen ZDF-Sendungen regelmäßig vor der Kamera, berichtest von der Frankfurter Börse. War das denn schon immer dein Traumjob? Nein, nein, das war nicht mein Traumjob. Mein Traumjob hat ein paar Mal gewechselt und wenn du mich jetzt heute fragst, dann würde ich sagen, ich mache Abi, ich gehe ins Ausland, ich mache eine Goldschmiederausbildung und werde danach Medizin studieren und Ärztin. So, Stand heute. Damals, ich wollte tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend immer was mit Medizin machen, habe auch erst mal dann nach dem Abitur Pharmazie studiert, war aber leider zu schlecht in Chemie. Also meine Stärken lagen doch tatsächlich immer eher im sprachlichen Bereich und weniger im naturwissenschaftlichen Bereich. Finde ich sehr schade, hoffe, bei meinen Kindern wird das besser. So, und nein, und dann habe ich aber ein für mich wunderbares Studium entdeckt und das würde ich jederzeit weder tun, nach dem abgebrochenen Pharmaziestudium. Das war ein duales Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Medien- und Kommunikationswirtschaft, Vertiefung, Journalismus, PR. Ja, und bin auch mit diesem Studium zum ZDF gekommen und habe mich dann im ZDF in verschiedenen, ja, im Inland und auch mal im Ausland getummelt, in Redaktionen, habe fürs ZDF Autos getestet, fürs Mittagsmagazin. Das war eine ganz tolle Zeit. Ja, und dann wurde tatsächlich irgendwann eine Frau, die BWL studiert hat, für die Börse gesucht. Und so bin ich September 2008 an die Börse gekommen, nicht ahnend, 1. September war mein erster Tag, nicht ahnend, dass am 15. September Lehman Pleite gehen würde. So war das dann wunderbar, der Sprung ins eiskalte Wasser. Ja, ist doch manchmal ganz gut. Das war super. So war ich mittendrin in der Weltfinanzkrise. Ja, konnte auch wenige Leute fragen, weil eine Weltfinanzkrise hatten wir ja vorher in dieser Art irgendwie nur, glaube ich, am schwarzen Freitag. Ja, insofern bin ich mit Sprung ins kalte Wasser da gestartet und da hängen geblieben. Wie kamst du denn auf Journalismus? Also du hast gesagt, du hattest irgendwie ein Talent für Sprache, da kann man jetzt schon noch andere Dinge machen. Warum dann gerade Journalismus? Schon mein Opa, lustigerweise, hat damals für die Zeitung geschrieben, mir ist es immer leicht gefallen zu schreiben. Also mir fällt es bis heute leicht, gib mir ein Blatt Papier, gib mir einen ersten Satz und ich schreibe dir einen Aufsatz. Und das fiel mir schon immer tatsächlich leicht. Und ich habe mich damals für dieses duale Studium interessiert. Und das war aber 1999, als ich das gemacht habe, noch nicht so weit verbreitet. Und dann habe ich mir das Studium gesucht, dual, was für meine Fähigkeiten am besten geeignet war. Und das war tatsächlich damals dieser Journalismus. Und viele fangen bei der Zeitung an oder bei der Schülerzeitung. Und ich habe beim ZDF angefangen, also irgendwie direkt da, doch ziemlich weit oben. Ja, und das macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Also ich hatte im Studium damals Ferdinand Simonait als Professor, der ja auch mal Chefredakteur des Spiegels war. Und er fragte damals uns, wer von Ihnen möchte denn Journalist werden? Da habe ich mich nicht gemeldet, weil ich da noch von ausgegangen bin, auch Journalistin werde. Ich glaube nicht, gehe vielleicht in die Produktion oder sowas. Und es meldete sich jemand, aber das war nicht ich. Und dann sagte Herr Simonait, ja, ich kann Sie nur beglückwünschen und allen anderen rate ich, Sie sollten es sich nochmal überlegen. Denn Journalist ist der schönste Beruf der Welt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, er hatte gar nicht so Unrecht, weil man ist hautnah dran. Man bekommt Informationen aus erster Hand und nicht gefiltert. Und ich muss auch sagen, das ZDF ist auch ein Türöffner. Wenn man irgendwo anruft und sagt, Sina Meinetz vom ZDF, können Sie mir weiterhelfen? Dann ist das schon, ja, das macht Eindruck. Also die Leute geben bereitwillig Auskunft. Wir sind einfach ein seriöser Sender. Und es macht mir eigentlich, je älter ich werde, macht mir der Punkt Journalismus immer mehr Spaß. Ja, also ich habe schon, glaube ich, das Richtige da gewählt. Ja, es scheint so. Gibt es denn auch irgendwas, was dich manchmal nervt an dem Job? Ja, klar. Also, aber da sind wir wieder beim Thema Finanzskandale, ehrlich gesagt. Also, es gibt natürlich Themen, Freitagabend habe ich mal verkündet, Deutschland ist Europameister bei Retouren. Das war mal eine Meldung, die habe ich noch nie erzählt. Ja, bei den Rücksendungen von Paketen und Päckchen. Das war mal was, das habe ich in all den Jahren noch gar nicht erzählt. Aber von Finanzskandalen habe ich so ein bisschen auch die Nase beruflich voll, beruflich und privat. Weil ich denke, es kann nicht sein, dass wir das jetzt schon wieder erzählen und dass das schon wieder passiert ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich wenig, was mich an meinem Beruf nervt. Ich finde es sehr schön zu kommen und spontan ein Thema zu bearbeiten oder auch mal sich mit einer längeren Sache mal zu befassen. Und nee, ich mag meinen Beruf. Hast du denn ein Vorbild? Ein Vorbild, das ist eine sehr gute Frage. Ja, mein Opa. Mein Opa ist mein Vorbild. Immer noch. Also er wäre, glaube ich, inzwischen über 100 Jahre alt. 95 Jahre hat er auf Erden geschafft und hat letztendlich einen ganz anderen Beruf ergriffen, als er ursprünglich mal machen wollte, weil eben der Krieg damals dazwischen kam. Aber war ein absoluter Gewinnertyp. Sonnenschein. Und ja, bei meinem Opa war irgendwie alles auch machbar und möglich. Und man hat es angepackt. Er war auch Sternzeichen Löwe. Und so war er auch. Hat mir also sehr, sehr viel mit auf den Lebensweg gegeben. Schön. Als Zuschauer sieht man ja jetzt nur, wie du für ein paar Minuten vor der Kamera stehst und berichtest. Aber was passiert denn vor und vielleicht auch nach der Live-Schalte? Nach der Live-Schalte ist ganz schnell erzählt. Tatsächlich Computer runterfahren und nach Hause fahren von der Börse Frankfurt. Vor der Live-Schalte stundenlange Vorarbeit tatsächlich. Also wir kommen in die Redaktion. Wir, damit meine ich meinen Chef vom Dienst und mich. Und dann geht es an die Themenvorbereitung. Dann überlegen wir uns, welche Grafik bestellen wir. Wie können wir das Ganze bildlich noch verstärken und auflösen. Und ja, dann wird getextet und geschminkt. Weil wir haben an der Börse niemanden, der uns schminkt. Also ich mache das selber. Ich überlege mir dann die Farbe des Outfits und gehe auf Sendung sozusagen. Also wir sind an der Börse tatsächlich ein recht kleines Team. Wir sind ein Kameramann, ein Bildmischer, zwei aus der Technik und ein CVD und der Moderator. Das ist überschaubar. Was würdest du sagen, ist der herausforderndste Part? Der herausforderndste Part ist immer noch, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzen muss, was sehr hartholzig ist. Es gibt natürlich Themen, die fließen sehr leicht dann aus der Feder, sage ich mal. Und dann gibt es Themen, da tue ich mir doch schwer. Wie texte ich es? Wie formuliere ich es? Wie bringe ich es dem Zuschauer nahe, dass er es versteht? Zum Beispiel? Irgendwelche Steuerdinge sind meistens schwierig. Irgendwelche Gesetze, die den Finanzmarkt betreffen. Das ist immer hartholzig. Manchmal auch tatsächlich geht es um Umwelt, Nachhaltigkeitsthemen. Wenn es feststehende Begriffe sind, die viele Umwörter beinhalten, die du nicht runterbrechen kannst, dann denke ich manchmal schon so, oh, dann hakt es manchmal schon. Aber ja, das ist eher selten der Fall. Du machst das ja jetzt schon seit 14 Jahren. Bist du denn noch aufgeregt, wenn du dann vor der Kamera stehst? Das habe ich genau mal Klaus-Peter Siegloch gefragt, als er Anchor bei der 19-Uhr-Heute-Sendung war. Und ich würde genau die gleiche Antwort geben, die er auch damals gegeben hat. Ach, wissen Sie, Frau Meinitz, wenn das Rotlicht dann angeht, dann gehört so eine gesunde Anspannung einfach dazu. Also Lampenfieber würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Aber ja, ich würde es auch sagen. Es gehört eine gesunde Anspannung und ein gewisser Pegel an Adrenalin einfach dazu. Wenn man auf Sendung geht, dass man voll da ist. Gab es denn schon mal eine größere Panne? Oh ja, es gab schon mal eine größere Panne. Ich habe letztes Jahr im Sommer eine falsche Inflationsrate verkündet. Die war falsch auf der Grafik, die habe ich falsch gelesen. Heute lachen wir darüber, denn es war damals die 5,1 Inflation. Deswegen sage ich, heute lachen wir darüber, weil wir inzwischen ja bei 8 sind. Es war aber tatsächlich ein riesen, riesen Drama. Es hat sich die Bundesbank beim ZDF gemeldet. Es hat sich die Europäische Zentralbank beim ZDF gemeldet. Und ich war so klein mit Hut. Also Richtigstellung auf Twitter und das volle Programm. Ja, rausnehmen der Schalter aus der Mediathek etc. Also das war, ich glaube, die größte Panne, die bis jetzt tatsächlich passiert ist. Ich meine, das dagegen, klar liest man vielleicht auch mal den DAX falsch ab in 14 Jahren. Aber die größte Panne ist so in etwa vor, ja, dreiviertel Jahr passiert. Wie gehst du denn dann mit Kritik um? Ich entschuldige mich und ich sage, ja, es tut mir leid, es war mein Fehler. Ja, und ich glaube auch, das ist auch der Weg, den ich meinen Töchtern raten würde. Weil es bringt ja nichts. Ich kann mich ja nicht auf Krawall bürsten. Ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Ich bemühe mich, ihn nicht wiederzumachen, ja, und habe mich bis hin zum Chefredakteur bei allen dafür entschuldigt. Es bringt ja nichts. Aber ich meine, ich glaube, das ist auch der Weg, wie man sowas am schnellsten aus dem Weg schafft. Hast du denn auch Erfahrungen mit, gerade auf Social Media, da ist die Kritik ja oft nicht ganz so konstruktiv, sage ich jetzt mal. Hast du da auch Erfahrungen mit? Ja, ich sage mal so, wenn man in diesem Beruf ist, dann hat man natürlich eine gewisse Präsenz und dann muss man auch mit so einer Kritik umgehen können. Es kam auch in diesem Zusammenhang letztes Jahr mal etwas. Aber ganz ehrlich, ich frage mich da manchmal, haben die Leute keine anderen Probleme, als sich dann Social Media mäßig über sowas auszulassen? Also ich habe in meinem ganzen Leben immer die Erfahrung gemacht, die meisten Probleme hat man mit den Menschen, die die meisten Probleme mit sich selbst haben. Und das kann jetzt im Social Media Bereich sein, das kann aber auch im Berufsleben ganz normal im Umgang miteinander sein. Oder das kann auch an der Supermarktkasse sein, wenn sich jemand ganz fürchterlich aufregt oder im Straßenverkehr. Also ich versuche das tatsächlich ein bisschen wegzuatmen. Da sind wir auch bei meiner nächsten Frage angekommen. Sehr gute Überleitung. In unserem Interview für die Edition hast du mir nämlich schon erzählt, dass du in deiner Freizeit gerne joggst und Yoga machst. Was gibt dir denn der Sport? Oh, sehr viel. Also erstens mal habe ich einen nicht sehr stabilen Rücken und bin so ein bisschen Bandscheibenvorfall, Geschädigte. Der Sport gibt mir erstens mal den Kopf frei zu bekommen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dann ist das natürlich eine gewisse Eitelkeit. Das gibt einem auch eine gute Figur und ein gutes Körpergefühl. Machen wir uns mal gar nichts vor. Aber es ist so ein bisschen die Mischung aus allem. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bevor ich ein Gespräch im ZDF habe, jogge ich durch den Wald und versuche, mich mal mit einer ganz anderen Sache zu befassen. Und ich bin wirklich ein Naturkind. Ich bin zwar auch ein Stadtmensch, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, was mir einfach die Natur gibt und die schöne Landschaft hier. Und durch Feld, Wald, Wiese zu joggen und morgens Rehe zu sehen oder ein Häschen, das finde ich schon ganz groß. Und da sauge ich schon eine Menge Energie raus. Und mit Yoga ist es ähnlich. Also ich habe meine Yoga-Ausbildung gemacht 2015 und wurde dann, während ich diese Ausbildung gemacht habe, schwanger. Nicht vom Yoga-Lehrer wohlgemerkt, muss ich dazu sagen. Ja, und habe dann in diesem Zusammenhang gedacht, auch da machst du die Schwangeren-Yoga-Ausbildung auch noch gerade mit. Und das ist so eine tolle Erfahrung gewesen. Und daraus kann ich auch sagen, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es sprießt ja wie Pilze aus dem Boden. Jeder ist irgendwie Yoga-Lehrer und jeder möchte sich mit anderen Dingen mal befassen. Aber ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass ein Umdenken und ein anderes Bewusstsein dafür stattfindet. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Und ich habe meinen Yoga-Lehrer damals noch belächelt, als er sagte, ich stehe jeden Morgen um sechs Uhr auf und mache Yoga. Um sechs Uhr schlafe ich. Aber inzwischen, muss ich sagen, mit zwei Kindern haben sich erstens mal die Tages- und Nachtzeiten etwas verschoben. Und ja, gibt mir schon sehr, sehr viel. Was genau hat es denn in deinem Leben verändert? Also wenn du wirklich schaust, wie hast du vorher dich verhalten oder über Sachen nachgedacht und wie ist es jetzt heutzutage? Oder auch beruflich, also gar nicht nur persönlich, auch beruflich. Ich glaube, ich versuche tatsächlich, weniger zu bewerten. Ich versuche es. Das klappt selbstverständlich nicht immer. Ich glaube auch, das kann niemand. Das ist einfach ein Prozess. Da gibt es nicht schwarz und nicht weiß, aber man versucht es zumindest. Ich versuche mir bewusst darüber zu werden. Ich habe mein Abitur, Englisch-Leistungskurs geschrieben über The Great Gatsby. Und in The Great Gatsby gibt es den einen Satz, wenn immer du Leute kritisieren möchtest, vergiss nicht, dass nicht jeder im Leben diese Vorteile hatte, die du hattest. Und das Bewusstsein dafür versuche ich auch mir öfter klarzumachen, die Atmung nicht zu vergessen. Also das macht natürlich schon was mit einem, wenn man sich auf die Atmung konzentriert und sich den Satz verinnerlicht, der Atem ist der Taktgeber und die Bewegung folgt dem Atem. Das sind alles so Dinge, das wusste ich früher nicht. Und ich gebe jetzt meinen Kindern Dinge mit auf den Weg, wo ich denke, mein Gott, das hat man mir vielleicht erzählt, da war ich 30. Und ich erzähle es einer Vier- und einer Sechsjährigen. Also Beispiel, dass ich sage, ja, du kannst nur dich selbst ändern und die anderen wirst du nicht ändern. Das ist natürlich ein Satz, den ein Kind im Vorschulalter, ja, denkt, ja, ja, Mama, red du nur. Aber ich meine, es ist immerhin Versuch wert. Ja. Man muss sich natürlich auch so ein bisschen die Zeit dafür nehmen, wenn man berufstätig ist. Und du hast gesagt, du hast zwei kleine Kinder. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, diese Balance, diesen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu haben? Also, Kinder sind wunderbar. Und ich wollte sie auch nicht missen, aber es gibt auch immer noch mich selbst. Und das ist einfach wichtig, dass man neben all dem nicht vergisst, was tut mir selber gut? Was mache ich jetzt für mich und was mache ich nicht für meinen Mann, für die Waschmaschine, für den Geschirrspüler, fürs Kinderzimmer, für die Kinder? Sondern was mache ich für mich? Und ja, ich stehe tatsächlich früher auf, als ich das früher gemacht habe und versuche einfach, diese Zeit abzuknapsen, die dann wirklich nur mir gehört. Und ich glaube, dass man da natürlich auch in vielerlei Hinsicht von profitiert. Und ich glaube, ich bin auch im Beruf dadurch ausgeglichener. Genauso wie ich nach einem Arbeitstag, wenn ich im Beruf gut war, nach Hause komme und dann auch lieber mit den Kindern spiele. Also, ich mag ehrlich gesagt diesen Ausgleich, den brauche ich auch. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, nur zu Hause zu sein. Ich könnte mir aber genauso wenig vorstellen, nur zu arbeiten. Und nur die Kinder jeden Abend erst ab 18 Uhr zu sehen zum Beispiel. Es ist ja gerade in deinem Beruf manchmal nicht so ganz vorhersehbar, was passiert. Was ist denn, wenn es mal aufgrund irgendwelcher aktuellen Ereignisse länger dauert und du vielleicht Überstunden machen musst? Wie gehst du damit um? Dann muss das sein. Das geht nur, wenn man ehrlich gesagt ein soziales Netz hat, was dann da engmaschig gespannt ist. Ich habe einen tollen Mann, der das abfedert. Ich habe Freunde, ich habe Familie, die das abfedert. Und nur so funktioniert es. Also, ich glaube, Familie funktioniert tatsächlich sehr gut als Team und mit Freunden und Bekannten und Verwandten drumherum. Und dann hoffe ich, dass kein Strick reißt. Denn da muss ja nur ein Krankheitsfall passieren. Und dann denkt man so, wie soll ich das schaffen? Aber das geht allen anderen so auch. Hast du denn das Gefühl, dieses ganze Thema Work-Life-Balance hat sich verändert von deiner Generation zu zum Beispiel Praktikantinnen, Wohllos oder jüngere Kolleginnen generell? Hast du das Gefühl, jüngere Menschen legen heutzutage mehr Wert auf diesen Ausgleich und ihre Freizeit? Absolut. Also, ich weiß, dass wir eher in dem Denken aufgewachsen sind, wir gehen dahin, wo der Beruf ist. Und wir machen das, was der Chef sagt. Und ich habe viel mehr das Gefühl, nein, die gehen nicht mehr dahin, wo der Beruf ist, sondern der Beruf kommt dahin, wo sie sind. Und ich habe auch viel mehr das Gefühl, sie sagen dem Chef ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich wundere mich da manchmal, da so, oh, okay, ich hätte mich das in dem Alter nicht getraut. Da findet ein absolutes Umdenken statt. Aber das ist ja nicht nur in der Hinsicht so. Ich meine, bei uns war es damals mit Rauchen und Alkohol. Und ich habe das Gefühl, ich finde immer mehr Leute, die keinen Alkohol trinken, Nichtraucher sind, wie gesagt, mehr Yoga machen. Also, es ist auch gut, dass sich das verschiebt, dass es nicht mehr nur in Richtung Leistungsgesellschaft sich hin orientiert. Denn das hat sicherlich alles zu seiner Zeit seine Berechtigung. Aber ich meine, gucken wir uns die ganzen Umweltthemen an. Ich bin 77er-Jahrgang in den 80ern groß geworden, als die Grünen teilweise noch belächelt wurden. Und die Grünen sind jetzt schon zum zweiten Mal an der Regierung. Und es hat sich alles verschoben. Und das Thema Umwelt wurde auch früher belächelt. Und dann sind wir erst angefangen mit dem Plastikflaschenpfand und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig und wichtig, dass sich das dreht und dass sich das verändert und dass es das Bewusstsein gibt hin zur Elektromobilität und was nicht alles. Also, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass das Umdenken stattfindet. Man sagt ja, dass es gerade im Journalismus besonders schwierig ist. Also, dass es da jetzt keine Arbeitszeiten von acht bis fünf gibt. Würdest du dennoch jungen Menschen raten, die Journalismuskarriere einzuschlagen? Absolut. Ich kann mich ja nur wiederholen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich damals gehört habe, das ist der schönste Beruf der Welt. Und ich war damals nicht so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt gehe ich fürs ZDF dahin und jetzt gehe ich dahin und jetzt will ich in das Auslandsstudio und jetzt will ich das machen. Diese Neugier, dieses Brennen dafür hatte ich nicht. Im Nachhinein denke ich, warum eigentlich nicht? Aber Journalismus bietet so viel und es gibt einfach so viele Aspekte, worüber man berichten kann. Und ich meine, man kann auch nach Kenia gehen und letztendlich da Journalismus betreiben. Man kann in so viele verschiedene Welten eintauchen und das hautnah an vorderster Front miterleben. Und das ist wirklich was ganz Besonderes an diesem Beruf und deswegen ja, auf jeden Fall. Und für mich wäre es überhaupt nichts, einen Job zu haben und jeden Tag from nine to five irgendwo im Büro zu sein. Also deswegen finde ich das sehr gut, diesen Wechsel und keine festen Arbeitszeiten zu haben, finde ich. Also es ist planbar und machbar und ja, ich kann nur alle dazu ermutigen. Also ich würde sowohl mein Studium wieder machen, als auch diesen Beruf wieder ergreifen. Was würdest du denn jemandem raten, der in den Wirtschaftsjournalismus möchte? Neugierig sein, wissbegierig sein, Praktika machen und sowohl bei Zeitungen reinzuschnuppern, als auch eben mal auf vielleicht politische Veranstaltungen. Ich musste jetzt grinsen, es wurden wieder Plakate aufgehängt fürs Open-Oar-Festival in Mainz, wo ich auch vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren, es ist vielleicht zehn Jahre inzwischen her, eine Veranstaltung moderiert habe, zu solchen Sachen zu gehen, sich da einfach möglichst ein breites Spektrum an Wissen und an Know-how anzulegen und sich natürlich Social-Media-mäßig auch zu informieren und schlau zu machen. Ja, und dann, wie gesagt, ob man dann in diesem Bereich bleibt oder ob man sagt, ich gehe jetzt in Richtung Bank und mache die Pressearbeit, auch das ist ja die Kehrseite dann, ja, also in die freie Wirtschaft zu wechseln. Mainz wäre es, glaube ich, noch nicht, in die freie Wirtschaft zu wechseln, weil ich eigentlich sehr gerne dieses neutrale Berichten mag. Aber ich glaube, als Wirtschaftsjournalist stehen einem wirklich so viele Wege offen und, ja, just do it. Und speziell Moderatorinnen, was muss man da mitbringen? Also ich frage mich dann zum Beispiel, muss man dafür ein ex-politischer Mensch sein oder muss man eine Rampensau sein oder kann man das vielleicht lernen? Ich glaube, man kann alles lernen. Was man vielleicht schon mitbringen sollte, ist so eine, ja, eine Rampensau sein. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man eine Rampensau ist. Warum? Weil ich glaube, dass es einem dann leichter fällt. Man kann dennoch alles lernen, aber du wirst, glaube ich, niemals ein guter Moderator, wenn du so schüchtern bist, dass du gar nicht weißt, wo du hingucken sollst. Und wenn du einfach so Lampenfieber hast, dass, wenn das Rotlicht angeht, du ja am liebsten im Erdboden versinken würdest, dann bringt es nichts. Also aus mir wäre nie eine gute Physikerin geworden. Und ich bin, wie gesagt, im Pharmaziestudium an der Chemie gescheitert. Und es gibt einfach Stärken und Schwächen. Und es ist da schon von Vorteil, wenn man da so ein bisschen auf seinen Bauch hört und auf seine Stärken und Schwächen. Denn alles andere, ich glaube, man tut sich damit auch keinen Gefallen. Ich glaube, die allerwenigsten Menschen sind in ganz vielen Bereichen gut. Man hat ja schon so ein bisschen seine Steckenpferde und danach sollte man natürlich auch gehen. Wie sind denn die Jobaussichten da zurzeit? Ich glaube generell, dass es durch die Vernetzung, die ja eine immer größere Rolle spielt und durch Internetprofile und dass es durch Social Media einfacher geworden ist, sich schlau zu machen. Jetzt gehen auch wieder die Veranstaltungen los. Also Jobbörsen tatsächlich face to face. Das war bei uns früher nicht so. Da war es, finde ich, doch etwas eingeschränkter. Und insofern, glaube ich, gibt es mehr Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ob es dadurch leichter geworden ist, weiß ich nicht. Denn es ist so ein bisschen vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Ich glaube, dann da rauszufiltern ist vielleicht eher die Herausforderung heutzutage. Meinst du denn, dass es hat einen Vorteil, wenn jetzt eine Bewerberin schon eine riesige Community und irgendwie 10.000 Follower auf Twitter und Instagram hat? Braucht man das heutzutage? Ich glaube, es kommt darauf an, was du damit machen willst. Also es gibt ja auch so ein bisschen das, naja, das Internet vergisst nichts. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, denke ich, kann es von Vorteil sein. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch mal irgendwann da was gemacht, was du nicht mehr wegkriegst. Deswegen, da halte ich mich so ein bisschen zurück mit der Beurteilung oder mit der Vorverurteilung. Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich würde das, glaube ich, eher ausklammern wollen, weil kann ich nicht so gut einschätzen. Okay, dann kommen wir schon zu unseren zwei allerletzten Abschlussfragen. Welche drei Tipps würdest du denn jemandem geben, der in den Wirtschaftsjournalismus möchte? Ich würde den ersten Tipp geben, wissbegierig und neugierig sein und sich tatsächlich auf verschiedenen Medien über Wirtschaft zu informieren. Das heißt, tatsächlich Social-Media-mäßig in den klassischen Zeitungen, online und nicht müde zu werden, auch Hintergrundfragen zu stellen, sich anzugucken, welche Kommentare finde ich dazu, wie ist vielleicht die Einordnung von Volkswirten dazu, in diesen Bereichen abzugrasen. Also tatsächlich keine Scheuklappen, nicht einseitig gucken, sondern breit gefächert. Zwei weitere Tipps? Hast du noch welche? Offen, offen zu sein, also die richtigen Fragen zu stellen. Ich war zum Beispiel bei der Frankfurt School of Finance and Management bei einer Veranstaltung zum Entrepreneurship. Und da fand ich es ganz spannend, dass wirklich ein Student völlig unvoreingenommen auf die Professoren zugegangen ist und denen Fragen gestellt hat. Ja, traut euch. Ich glaube, diese Hemmschwelle, die muss überwunden werden. Es wird überall nur mit Wasser gekocht und jeder kann alles fragen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man da eine gewisse Scheu und eine gewisse Angst überwindet. Denn als Journalist sollte man alles fragen dürfen. Ja, das stimmt. Welchen Tipp würdest du denn deinem 18-jährigen Ich geben? Guck dir die Welt an. Du weißt nie, welche Pandemie kommt und dir das alles verbietet. Ja, es ist wirklich so. Also ich fand es ganz, ganz lustig. Als ich Abitur gemacht habe, hat meine Mutter gesagt, du musst doch jetzt noch nicht anfangen zu studieren. Geh doch erst mal raus und geh ins Ausland und lerne Spanisch und lass dir den Wind um die Nase wehen und dann kommst du wieder und dann fängst du an zu studieren. Und ich hatte damals meinen Freund in meiner kleinen Stadt und wollte im Lernen drinbleiben und habe angefangen, dann im Oktober zu studieren. Natürlich war da eine Reise dazwischen gut und schön, aber im Nachhinein denke ich mir, unvorstellbar. Also mein 18-jähriges Ich, das würde wesentlich mehr Party machen und reisen. Und ich meine, dann kam wirklich so eine Pandemie. Und natürlich werde ich jetzt meinen Kindern sagen, nutzt das, weil diese drei Jahre 2020, 2021 und Anfang 2022, die wir mit Mundschutz rumgelaufen sind und die wir in Lockdown hatten und alles, das bleibt natürlich in den Köpfen. Und natürlich werde ich das meinen Enkelkindern auch hoffentlich eines Tages sagen. Also nehmt die Gelegenheiten und feiert die Feste, wie sie fallen, denn man weiß nicht, was morgen ist. Und ich kam tatsächlich aus dem Urlaub zurück. Am 23. Februar abends um 23 Uhr war ich noch am Frankfurter Flughafen und morgens um acht höre ich in den Nachrichten, es ist Krieg. Und das ist, ja, das zeigt einfach, wie schnell Situationen auftreten können, die wir für völlig unglaublich und unvorstellbar gehalten haben. Und deswegen einfach das Leben genießen. Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Sina, für das superspannende Gespräch. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge dazugelernt heute. Ja, da bin ich gespannt. Es freut mich. Wir haben das gut getimt, denn ich glaube, jetzt gehen auch irgendwann hier die Türen auf und die Kinder und der Mann kommen aus der Kita. Ja, perfekt. Dann drücken wir jetzt schnell auf Stopp. Ja, ja, genau. Vielen Dank. Tschüss. Türi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.